Eintauchen in den Alltag eines DDR-Kindergartens, das können Interessierte derzeit im Großrechner Stadt-Schaufenster in der Seestraße 6. Die museumsreifen Fundstücke sind aus nahezu allen Großrechner Kitas zusammengestellt und geben Einblicke in die sozialistische Kindergartenkultur. Im Fokus der Ausstellung steht das Bildungsmaterial. Es wurde extra für die Kindergärten entwickelt, denn sie gehörten zum DDR-Bildungswesen. Ob Musik, Sprachförderung, Gesundheitserziehung oder Sport, zu allem gibt es Fachliteratur mit Arbeitsvorschlägen, Kinderbücher und unterstützendes Spielzeug. Wer weiteres Material oder Fotos zu dem Thema hat, kann sich gern direkt an die Stadtverwaltung Großrechen wenden.